Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, die Flykies sind noch nicht gepackt, aber 2019 gibt es eine neue Tournee zu neuem Album, die im Herbst erscheint. Ich freue mich, ich glaube die Tickets sind jetzt schon erhältlich und wie ihr wisst, ich warte auf euch, ich freue mich und ich gebe alles. Bis dann, eure Mainz.